Ich hab nix gekriegt Ich hab nix angepott, sie haben sich näher gemeldet, kriegen sie nix Ja, guter Gastgeber Ja, hoffentlich nicht, dann kommen sie öfters Ja, vom... Sind sie nicht einfach zum Schaumgang? Da war keiner da Ja, wo treibt er sich rum um die Zeit? Weiß nicht Ist doch nicht normal Hopp Also Ob die Zeit hast du da hin zu sehen Komm, lass uns mal durchgehen los Und nix von heute, kleine Polizei oben Das haben wir doch schon gemacht Warum eigentlich LB und nicht RB? Weil das links ist Oh Oh Ah, das zuflt Nee Nee, 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 ich geh nicht los Was das? Bist du nicht? Bist du nicht? Huuu Bist du nicht? Bist du nicht? Bist du nicht? Okay. Kannst du nicht eh lehren? Doch Du siebst Ich bin nicht sicher wenn ich dran gehe Ob der dann nicht tot ist Der springt nämlich so ein bisserl Was ist denn? Nein Geht es nicht weiter oder was? Nein Geht es nicht weiter oder was? Oh Kannst du nur noch Ohhhh 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 Ooooooh Ooooooh Que lasse Ooooooh 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 Ooooo 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 Ja wenn ich wieder schieb dann fällt es wieder runter Ooooo 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 Oh, nee, nee. Oh. Oh, nee. What's this? Müssen wir uns im Gras verstecken oder was? Einfach G'schob! Ne, das Gras, wenn das Gras das Arsch hatte, oder was? Nein! Nein! Untertitelung des ZDF, 2020 So, klasse 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 ne ne ne, das hier hat einfach eine wärmende Zeit weit, glaube ich man hat ihn jetzt auch versteckt oh, nein oh, nein oh, nein oh, nein oh, nein Hm. Hehehe Hmmmm Achso, die muss aber da drinnen bleiben, weil dann ist der Radiusgräse Vielleicht war ich die ganze Zeit dann in deinem Shuttle, so muss es gehen Ich glaube, wir müssen zusammenschieben Ich glaube, wir müssen zusammen schieben Ich glaube, wir müssen einen Schraub so, weitergekommen und dann noch genug ist die Tür nein oh, schiss da hab ich die Glauben gebrochen gar nicht mehr schief hier hier Oh, hey! Dann muss man aber auch gerne bei den... Doch, doch! Der eine muss dann oben das Ding hier und her fahren, während der unten... Der der Helfer... Äh, Helfer! Ach so, der, du musst dann... Jaja, du musst nur vorne gehen und nicht schieb, dann gehts! T enseignal werden. Duell drin, Wenn noch ein DF… Auf dem Untertitelung des ZDF, 2020 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 Wir haben doch jetzt hier noch drei Bälle, nur da. Hmm, doch nicht. Oh, nein. Hmm? Attacke, Riva! Oh! Eli, das ist so rauh. Ja, das ist so rauh. Was? Hallo? Ich hab keine Ahnung Au! Tja Ja Bis jetzt darauf hin, bin ich ja tot, ne? Ja Kannst du aber auch über Larven, oder? Kannst du nur Larven? Ja Öl? Ah Wo? Hm Oh ne, ich muss ja wieder Larven, oder? Ah ja, du hättest mir die Nerven drunter Larven Und jetzt? So, wer ist tot Ja da Ja Warum stimm ich nämlich ohnehin? Hm Ja F**k Ja Oh, wer ist denn das? Ja 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 Na Ja 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 Das war's für heute. Oh, du warst, du warst, du warst. Was ist das? Scheiße. Scheiße. Das war also ein paar Minuten. Das war wirklich hier. Das Beste. Das war die Ausatmen. Das war die Art der Erachter. Die Sieger-Wupport! Die Sieger-Wupport! Das war die Ausatmen. Oh, genau ein? Oh! Die Sieger-Wupport! WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Ja, so nett Naja, doch, 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 war gut WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 mediagroup GmbH im Auftrag des WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Ja. Du kannst dich durchschlagen. Oder du nimmst so ein Ding sogar mit. Du musst die Glocke läuten. Nicht aufschalten. Ja. Ja. So. Ja. Wann treten du jetzt in die Richtung? Irgendwas passiert? Ja, vielleicht kommt der jetzt drin. Ja. Ja. So. Den. Den kann man nicht drauf legen. Der geht kaputt, sobald man eine Ammo ableht. Was passiert denn da? Weiß nicht. Hm? Guck dir. Geh' nicht mehr drauf. Du. Kommt ja noch rein. Ja. Jetzt hab' ich aber das Ding. Lesen wir kurz, lesen wir da hin. Ach so. Stimmt, dann brauchen wir ja noch. Aber ja, das Problem ist, ich hab dann kein Licht. Ich kann ein Licht jetzt bringen. Ah ja, genau, du musst jetzt wieder, du musst runter, achso, nee, warte mal. Wenn ich das ablege, geht's sofort kaputt. Das kann Sinn. Okay, also ich glaub, was er erinnern muss, desto, oh ne, wir brauchen's aber. Ja. Also erinnern muss das Ding do truffli und dann nuff an der Schalder rennen. Ja, 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 ist ja gelicht, mehr? Achso, ja, doch, doch, genau, vielleicht so, hm, du, nehm, du nehmst jetzt das da unten, achso, nee, doch, ja, du nehmst das da unten und lächst es drauf und rennst dann ruf. Ja. Kannst du den dran? Du kannst es einfach... Achso, nein. Nein, ich kann das nicht ablehnen. Ja, du musst das jetzt drauf lehnen und dann rennst du einfach auf den Schalter. Das geht. Oh, Mann! Oh, Mann! Oh, Mann! Oh, Mann! Oh, Mann! Oh, Mann! Ich habe hier nichts dazu noch nicht gelesen! Ich weiß, dass alles schmerzt. Ich denke, du kannst schon einen Hebel runter. Oh, muss das Ding gehen. Du musst immer aufheben, 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 aufheben. Oh. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020